3, 2, 1 Spieltag 6 heute mal hier mit Countdown. Wenn ihr Bock habt auf Spieltag Nummer 6, dann zeigt mir das. Egal wie, aber zeigt es mir. Und damit gehen wir rein in die Matchups. Und wir starten rein mit Augsburg gegen Gladbach. Das ist hier heute unser Freitagsgrusel. Augsburg jetzt im Zugzwang unterwegs. Zwei Niederlagen in Serie und jetzt müssen sie. Es kommen die Gladys mit Last-Minute-Win gegen Eisern Union. Schwanz Scharra, der Mann, der Torschütze, den Seohane wohlmöglich mit Startplatz belohnen könnte. Robin Hack schadet da mit den Hufen. Für mich eine der beiden Gruselpartien des Wochenendes. Die XGs stehen engstirnig hier beieinander mit Tendenz Augsburg. Ganz leicht 1, 5, 7 zu 1, 5, 2. Alles drin hier. Ich nehme hier trotzdem die Gladys. Da fühle ich irgendwie mehr. Die haben ihre XGs, müssen sie langsam in Angriff nehmen. Das machen sie mehr Upside auch durch Tim Kleindienst. Der ist jetzt nochmal im Spätsommer. Mit 29 darf er nochmal Nazio zocken. Richtig geile Story hier. Ich nehme 1 zu 2 und zwar pro Gladbach. Rally KI 2 zu 2. Starker Tipp. Und auch die Redaktion sagt, es wäre torreich. 1 zu 3. Spielerpick gehe hier entgegen meines Tipps tatsächlich. Ich gehe hier mit dem Frank. Frank Onjeka. Da habe ich mich nämlich beim Matchday-Briefing bedient. Der wurde mir da empfohlen. Und dann nehme ich den doch gegen die Fohlen. Form passt. Gladbach lässt auf der Position quasi in Defensivverbund, Defensiv-Mittelfeld schon mal was zu. Onjeka geht ja auch gerne mal mit nach vorne. Ist da ja der offensivere Part im Tandem mit. Ja, Kitsch. So, und damit gehen wir rein in die Samstags-Konfi. Und zwar mit Leverkusen gegen Kiel. Die einzige Frage, die sich hier alle stellen, ist Kessem im Stadion. Ja, das bin ich. Das kann ich euch so beantworten. Und dann zu der Frage, die sich jetzt wirklich alle stellen. Wer spielt bei Bayer? Beim Stand der Aufnahme, das ist jetzt gerade hier, da sehe ich acht Alternativen. Das ist ganz schön viel. Wenn ihr Leverkusener habt, stellen. Das ist mein einziger Tipp, den ich hier geben kann. Bei Dominanz Kiel nach wie vor. Die offenste Scheune, seitdem die Saison gestartet ist. Besonders gegen die Top-Teams. Da kackt der Storch. Ja, ich kann mir hier bis 9-0 alles vorstellen. Ich parke mich mal hier auf dem 5-0 ein. L-E-K-I 3-1. Redaktion 4-0. Mein Mann, das ist ein Rückkehrer. Durfte gegen Bayern ein paar Minuten schon abknipsen. Kam gegen die Milanesi zur 82. Und Palacios mit lässigem Tattoo-Sleeve. Da kommt bei mir auch bald das Erste, tatsächlich. Und alles angerichtet für den bestaussehendsten Zweikämpfer in this game. So, Bremen gegen Freiburg. Unser nächstes Matchup. Bremen mit Momentum. Spiel des Jahres in Hoffenheim absolviert. Das war Wahnsinn, was die da gemacht haben. Wie die das gedreht haben von 0-3. TSG einfach Schachmatteratz gesetzt, wenn man das so nennen darf. Und Freiburg mit einem Upset gegen Pauli. Gegen meine Paulianer haben sie auf die Mütze bekommen. Ja, ja. Da ist vieles schiefgelaufen. Da ist ein Elfmeter-Patzer mit dabei gewesen von Vincenzo Grifo. Ich bin gespannt, wie die jetzt zurückkommen. Und ob der sich auch wieder den nächsten Elfmeter greift. Das schaue ich mir genau an. Beide Teams finde ich top. Beide sind so elektrisierende Fans. Da bekomme ich als neutraler Fußballfan richtig Bock, die mir anzugucken. Und wir bekommen hier einiges geboten. Denn die XGs, auch die stehen nah beieinander. 1,2 XGs zu 1,24. Also ähnlich knapp sehe ich es tatsächlich auch. Bediene mich ja einfach. Ich sage 1 zu 1. Eli KI, mein Bruder, 1 zu 1. Und Redaktion geht hier auf die Bremer. Oh, oh, oh. Hochmut kommt vor dem Fall. So, mein Player des Spiels, das ist in Bremen Wartet. The Italian Job. Vincenzo Grifo, ein wortgewandter Kollege. Kam gestern beim Podcast GameChanger am Donnerstag. Blende ich euch ein in die Shownotes. Kam gestern bei den In-Swinger-Flanken von ihm. In Schwärmen. Und das als Bremer. Das sagt viel aus. Unbedingt reinhören. GameChanger am Donnerstag. Vincenzo Grifo ist hier mein Mann des Spiels. Form ist top. Trotz Elva Patzer. Matchup ist top. Bremen lässt über Außen was zu. Besonders über deren rechte Seite. Malantini. Ein gutes Spiel. ist aber halt auch ein Teenie. So. Und damit gehen wir zu Union gegen BVB. 42% Ballbesitz gegen 57% Ballbesitz. Also Union steht real taktisch wie so ein Pfeil nach unten. So war das zumindest gegen Gladbach. So lief auch das Spiel. BVB ist im Flow. Auch wenn Karim leider verletzt pausieren muss. Alles Gute, Bro. Ich sehe hier nur ein Szenario. Union will lange die Null halten. Das geht irgendwann schief, weil Dortmund dann irgendwann auch die passende Lösung findet. Der BVB kann jetzt mal zeigen, dass sie ein absolutes Top-Team sind. Sie müssen dafür ihr eigenes Spiel aufziehen und nicht das des Gegners annehmen. Mit dem besten Spieler auf dem Platz, so kann es gehen. Das ist Seou Girassi, der auch schon hier an der alten Försterei getroffen hat. Da noch in einem anderen Jersey. Ich gehe hier mit 0 zu 2 BVB, KI 1 zu 2 und die Redaktion geht auch 1 zu 2. Alle mit BVB-Brille. Spieler des Spiels für mich, Pascal Groß. Der wird so viele Pässe spielen wie keiner. Union dritt meisten Fouls in der gefährlichen Zone. Vielleicht bekommt er auch einen kleinen, coolen Freistoß reingezirkelt. So, und damit gehen wir weiter. Bochum gegen Wolfsburg. Das ist für mich die Gruselpartie des Tages, des Wochenendes. Da waren sich unsere Experten im Pott. Gestern nämlich auch uneinig, wer das Spiel nämlich holt. Und das ist so, weil das ein Unentschiedenwert. Das nehme ich hier mal vorweg. Bochum ist in Not und sie spielen gegen das Elend mit Wolfsburg. Schwalben Arnold, der voraussichtlich immer noch den Stich von Karasor spürt. Ohne Worte. Laufen gerade eh keine guten Kinofilme. Vielleicht kann er sich nochmal als Schauspieler probieren. Ich gehe hier 1 zu 1. KI 1 zu 1. Auch das ist sehr gut. Und Svenno, gestern mit dem stürmischen Wind, das hat auch die Redaktion gehört, die nimmt den hier 0 zu 2 für Wolfsburg. Leute, ich fühle hier nichts. Das sage ich euch schon mal so, wie es ist. Aber da ich hier einen Spieler wählen muss, nehme ich hier einfach einen Datenplay aus dem Computer. Habe ich mich da bedient. Der hat mir Mo Amura empfohlen. Form ist top. Matchup ist top auch. Und Amura, laut Briefing, ist er der Typ für Gefahr. Aber so, wir springen nach Hamburg. Der FC St. Pauli gegen Mainz 05. Ich bin glücklich. Das kann ich euch sagen. Also wie St. Pauli das gespielt hat in Freiburg. Perfekt. Das war Effizienz mit einer cleveren Umschaltbewegung. Und dann den Torknoten platzen lassen. Hammergeil. Barba Saat wird wieder gehört mit Tormusik. Das ist richtig geil. Und Tor und Großchancen, da geht was für alle Paulianer. Hört genau hin. Tor und Großchancen zugelassen ist Mainz die 5. Und Torschussvorlagen lassen sie die meisten zu. Also wenn ihr einen Pauli-Stürmer habt, stellt den auf. Und zwar mit Mut und mit Lust. Auf jeden Fall. Die Punkte bleiben in Hamburg, sage ich. Mainz kann abhauen. XC12 schrieb mir schon vor ein paar Wochen, warum ist das das Top-Spiel? Ja, mein Lieber, das kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil der FSV mal schön hier die Bude voll bekommt. Und da sage ich, zwei Stück reichen hier schon. 2 zu 1 für den Kiez-Club. L-I-K-I 1-1. Und die Redaktion ist mit mir. Braun-Weiß 1 zu 0. Mein Spieler-Pick kommt aus der Dienstagspyramide mit Tobi. Der durfte dann gestern noch in den Podcast zu Fadi. Wir hören ganz kurz rein. Und Game Changer, nämlich Sweet, weil er zum einen Pressing sauber bleiben muss. Ist nämlich auch mein Game Changer. Das ist der neue Lucio. Das ist Eric Smeet. Der macht so viel fürs Spiel. Zweikampfstärkster Spieler der Bundesliga als Aufsteiger. Belohn dich, Bro. So, und nach dem Top-Spiel ist vor dem Top-Spiel die Tabelle. Hier mit dem Tippstand. Das machen wir ganz kurz. Nicht viel zu sagen. Ich bin weiter vorne. Hab die Führung natürlich ein bisschen ausgebaut mit dem letzten Spieltagssieg. 44 Punkte. Redaktion 41. L-I-K-I 32. So, Leute. Sonntag gemütlich einmuckeln. Und dann gibt's die volle Dröhnung. Drei Bundesliga-Spiele. Und wir starten mal mit Heidenheim vs. Leipzig. Heidenheim für mich das unberechenbarste Team der Saison gerade. Die können gefühlt jeden schlagen und gegen jeden verlieren. Conference League haben sie auch wieder gezogen. Frank Schmidt, wirklich Macher. Frank Schmidt, du bist der beste Mann. Das ist wirklich so. Also Wahnsinn, was der aus dem Hut zaubert. Leipzig kann das unter der Woche nämlich gar nicht. Im Gegensatz dazu. Auch Juve in Überzahl haben sie sich da wieder abzocken lassen. Und ich gehe hier klassisch mit dem Volkstipp. Ich erwarte RB sehr dominant mit der besseren Einzelpower und viel Ballbesitz. 2-1 Leipzig. L-I-K-I ist mit mir. 2-1 Leipzig. Und Redaktion geht sogar 2-0 für Leipzig. Mein Tipp, Briefing, haut mir Benni aufs Tablet. Den nehme ich auch. Aber der heißt Hendricks. Den nehme ich auch. Und Heidenheim, die lassen gerne was über links zu. Da kommt er über seine rechte Flanke. Benni Hendricks, hier mein Mann. Generell super Anlage, super Form auch. Matchup-Pfeil, alles nach oben. Benni Hendricks, mein Mann. So, und für die Bayern brechen hier gerade die Wochen der Wahrheit an. Es ist das Topspiel des Wochenendes. Auch wenn es da nicht in der Prime-Urzeit läuft. Wie cool ist Vincent Kompany, wenn es mal nicht läuft. Das werden wir jetzt alle sehen. Superspiel gegen Leverkusen. Vielleicht das beste Bayern-Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Das war unfassbar. Aston Villa gab es die erste Pflichtspiel-Niederlage. Aber auch hier war man das bessere Team. Auch das muss man hier sagen. SGE hat den Style. SGE hat den Swag. Power in der Bude. Der ganze deutsche Bankpark, der wird platzen am Sonntag. Ich gehe hier mit dem 1-1. L-E-K-I. 1-2. Volksstip auf die Bayern. Und cool. Redaktion mit mir hier. 1-1. I like. Mein Pick, das ist Hugo Ikitike. Der hat die Tricks, um Bayern einen reinzuschießen. Form ist super. Matchup ist tricky. Deswegen auch der Fall nach unten. Ich nehme hier Hoffmann-Machts aus der Hot-Take-Folge und sage, vertraue hier Hugo Ikitike mit dem Tor gegen die Bayern. So, wir runden den Spieltag ab und wir fahren nach Stuttgart gegen Hoffenheim. VfB Sonntagnachmittag, das passt ganz gut. Frag mal nach in Dortmund. Hier werden nicht nur die Tore fliegen. Das weiß auch die Salzstange ohne Gesichtsausdruck bei der TSG. Ich sage, 4-1. VfB Stuttgart. Die werden die abschießen. KI 2-1. Und Redaktion geht hier auch auf 3-1. Also, wir sind hier all Stuttgart und mein Mann. Du kannst hier alle offensiv nehmen bei Stugi. Und ich ziehe mal Dennis. Der spielt Tennis. Und der wird am Wochenende nicht nur einen Matchball versenken. So, Leute. Das war es von mir. Ich packe euch hier ganz schnell noch rein die Hot-Takes und die Pyramide vom Dienstag. Mit Tobi haben wir die Abwehrspieler gerankt. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch einen richtig geilen, heißen Spieltag. Euch viele Managerpunkte. Und damit bin ich raus. Tschüss.